Dieses Gewehr ist für Sportschützen und trifft noch auf extremer Entfernung. Der südafrikanische Hersteller Truvelo zeigt es auf der größten Waffenmesser Europas, der IWA in Nürnberg. Alexa Gerard kennt die Waffe genau. Also das ist eine 50-Kaliber-Waffe, 12,7 x 99 in Millimeter. Das ist das größte Kaliber, das man zivil kaufen kann im deutschen Raum. Also mit diesem Kaliber kann man ziemlich weite Distanzen erreichen, bis 1800 Meter. Es ist für den Präzisionssport gedacht, also präzise schießen auf sehr weite Distanzen. In ihrer Heimat Südafrika schießt Alexa Gerard selbst mit dieser Waffe. Der Vorteil, die Waffe ist noch recht kompakt und mit 14 Kilogramm relativ leicht, trotz des großen Kalibers und der Reichweite. Das präzise Schießen auf 1800 Meter ist natürlich, die Munition schafft es, die Waffe schafft es. Man muss aber auch die Umwelt mit einberechnen. Also Windschutz, ob es regnet, ob es sehr heiß ist, ob das Schütze überhaupt gut ist, ob die Munition gut ist. Und das ist, was den Sport interessant macht.